Jo Leute, heute zeige ich euch, was ihr alles braucht, um ein Parfüm herzustellen. Als erstes brauchen wir Parfümöl. Dann brauchen wir ein Flakon. Dann brauchen wir Alkohol. Der Alkohol ist nicht zum Trinken. Um das Parfümöl abzufüllen, braucht ihr eine Pipette. Um den Flakon danach zu verschließen, braucht ihr dafür ein Zerstäuber und eine Kappe. Und das ist eine Krimzange. Damit verschließe ich den Zerstäuber. Das war die Theorie und jetzt kommt die Praxis. Und fertig ist der Duft. Für mehr Tipps folgt uns.